3130 3150 es geht richtig schnell hoch muss man ja nicht sagen also aber ganz ehrlich Laguna weißt du was wir machen dann müssen wir unbedingt einen Mistkäfer für den Mistkäfer da genügend Scheiße mitnehmen dann brauchen wir noch einen Galimimus und ich glaube dann haben wir alle oder war da noch was Neues? ich glaube sonst war da nichts Neues Galimimus, Dimitrodon ne den nicht dann sind das alle ne ich kann gleich mal nachgucken was das für eine Besonderheit hat das Vieh also der hat jetzt 200 Foot runter so dann kümmer du dich weiter darum ich guck jetzt mal schnell nach was der vielleicht für eine Besonderheit hat da das ist eine 2 A D Du 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 Szupont Metron are violently tainted and required knock-out and narcotics Gehört? Die Metrodons are violently tamed and so required knockout and narcotics. Keine Ahnung, wie das heißt. Combat, General, Strategie, Weaponry, Rangeman, etc. Warte mal, was bitte? Äh, Utility, was heißt das Laguna? Mein Englisch ist so scheiße. Äh, hier steht nämlich gerade folgendes. Each Dimetrodon grants 90 hypothermal and 90 hypothermal insulation that decays over distance with a comparable range to the air conditioner due to its mode. Halt mal, Utility, sind das, ist das nicht vielleicht, ähm, das, äh, äh, das, ähm, wie heißt das? Ähm, wie heißt das Ding, ähm, wie heißt das, äh, äh, Eizucht, kann das das vielleicht sein? Allosaurus? Kenne ich nicht. Hast du einen Allosaurus schon gesehen? Äh, du weißt schon, dass ich die ganze Zeit drauf geachtet habe. Nebenbei. Nebenbei. Aber, naja, merkst du nicht wirklich. Ich hab drauf geachtet, bitte, ja, ich weiß, ich weiß, ich hab nicht dich schon gehört, wie du rumläufst, deswegen wusste ich, dass du da bist. Idiot! Ähm. Ja, doch! Doch, 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 doch! Alter, so ne scheiße, was ist das, ey! Utility, hm. Ne, ich glaub, das ist wirklich so, wenn du den dabei hast, dass du mehr, äh, Hypotherma und so'n Scheiß hast. Wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. Oder mein englisches... Das ist der Hammer! Ich weiß noch nicht mal, wozu der Pinguin gut ist. Höhöhöhöhöhö. Höhöhöhö. Höhöhöhöhöhöhöhö. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhö. Höhöhöhöhöhöhöhö. Höhöhöhöhöhöhö. Ach du Scheiße. Was für ein Scheiß ist das denn? Also, entschuldigung, das ist ja total ein Mist. so wie viel food ist denn runter oh gott wie jetzt noch einmal meint jetzt lässt es hochgehen noch mal torpor reinjagen und dann wie jetzt das torpor geht grad hoch einer geht nur los wenn du willst gehst du los oder ich geh los ist mir egal also willst du losgehen ok und du willst jetzt schon das zeug reinwerfen gleich dann würde ich dir aber raten gleich das ganze mit da reinzuwerfen einfach wegen dem raw prime heat dann es wird nacht in neun minuten 8 7 6 5 4 3 2 1 8 das kommt ja wieder ein neues hitman game raus habe ich jetzt auch erst gesehen beziehungsweise schon gewusst zwar die ganze zeit ich wusste auch nicht dass jetzt so schnell wieder rauskommt kommt jetzt auch im nächsten kommenden märz das war eigentlich auch ein spiel was ich gerne spielen würde was denn was denn hast du jetzt in alpha gekillt oder was du verarscht mich grad du hast jetzt nicht in alpha gekillt du penner statt dass du mir mal sagst dass ich kurz mal was für ein arsch du warst am arsch der welt natürlich er wird zwar ja auch noch ich bin gleich bei dir da gewesen du idiot statt das ja ich dachte du hättest dich längst angegriffen ich kann ja nichts wissen dass du zwei jahre brauchst du mir einmal anzugreifen super super idee dadurch funktioniert das auch laguna du bist vollidiot einzeln reinzuwerfen du weißt schon dass die thema anzeige dann wieder auf null ist oh der ist fast fertig er kriegt 35 level drauf ja wahrscheinlich 34 das heißt der wird level 106 sein ne ja ist nett was denn was was 94 ist max level oh god das ist ja witzig krass das ist also so wenig nur okay ich habe jetzt gedacht das ist auch ein bisschen höher so wie die die dinosaurier sind weil die können ja auch hohes level erreichen das sind ja auch nicht gerade ein witz level krass krass das ist ja echt arm das ist richtig so gleich frisst er mal gucken wie viel er raufkriegt kleiner scheiße so jetzt der arita nennen müssen kleiner scheiße oder das einmal noch fressen dann ist es fertig aber wie lange hat das rohrprimey noch ok nö eigentlich nicht nein nein erst wenn es da runter geht und das würde beim du musst jetzt unbedingt rohrprimey besorgen wenn wenn ich der jetzt nicht fertig wird dann ja ich guck schon deswegen wenn der jetzt nicht fertig wird dann ja du willst mich jetzt verarschen dann beeil dich dann beeil dich wir brauchen jetzt noch einmal rohrprimeat wenn wir pech haben oder es kann auch sein dass er jetzt gleich fertig ist das wären richtig scheiße schnell 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 der brauche nur 30 foot runter und dann könnte es sein dass er fertig ist das wäre richtig scheiße noch 25 gut weil ich nach 20 auch du hast zeit es geht schon